Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer weiteren Challenge auf dem BNS Homeventory-Kanal. Heute, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, mit einer Fußball-Challenge. Oh ja, Sunny, magst du bitte ein paar Worte dazu sagen? Heute wird nicht viel geredet, sondern dein Können wird unter Beweis gestellt. Auf dem Fußballplatz. Man, don't talk too much. Den ersten Gast, den ich euch heute vorstelle, Baba IV, Schleswig-Holstein-Liga-Fanace von Eutin. Yes, Schlüter. Come on, dog. Energy, energy. Alles gut? Hast du was zu sagen? Nicht viel, Jungs. Heute wird gezockt. Ich bin bereit. Schön, dass ich hier bin. Diesmal nicht auf der FIFA, ne? Der nächste Gast. Er ist fit. Er ist gesund. Er ist kernfit. Er ist kerngesund. Tino Kern von Intertürk Spor. Vielen Dank für die Blumen. Oh, wie geht's? Are you ready? Bist du was, was zu sagen? Nein, nein. Alles gut. Let's go. Den nächsten Gast brauche ich nicht vorzustellen. Den kenne ich schon mein ganzes Leben lang. Jazz sing is king. Come on, dog. Manuel Neuer auch genannt. So. Kommen wir zur Erklärung der drei Challenges. Challenge Nummer uno. One touch. Ganz einfach. Ball annehmen, schießen. Puh. Fertig. Nummer zwei. Mit verbundenen Augen. Du siehst gar nichts. Nix. Komplett Black. Von Elfmeterpunkt. Elfer schießen. Mit verbundenen Augen. Und Challenge number three. Challenge number three. Ich sag nur Breakdance. Baseball. Schläger. Und drehen, bis es nicht mehr geht. Zehn Runden. Drehen, bis sich alles dreht. Okay? Einfach so lange, bis sie schwindelig ist. Zehn bis fünfzehn Mal. Und Herr Kernfit wirft dann einen Ball rein in den Sechzehner. Und du musst one touch abschließen. So sieht's aus. Viel Spaß. So. Oh, nochmal kurz. Frisches Detox-Water trinken hier. So, so touch. Woo! Okay. Platzierter Abschluss. Platzierter Abschluss. Touch. Oh, creme de la creme. Junge, Jesse hat sich vorbereitet. Jesse Schlüter hat sich vorbereitet. Jesse Schlüter hat sich vorbereitet. Guter Touch. Junge. Oh. Geil. Oh, ohne Handschuhe. Das kann nur Manuel Neuer. Alles klar. My turn. Let's go. Guter Touch. Alles klar. Alles klar. Oh, Manuel. Aber Tatsch war ja schon ganz schlimm bei mir. Aber Tatsch war ja schon ganz schlimm bei mir. Er ist ein Streetballer. Erster Touch. Ey, du hast noch zwei. Kannst noch ausgleichen. Oh, der kommt ganz böse. Okay, Tatsch. Er lässt sich Zeit. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jo, kann man machen. Ey. Oh, Jase. Oh. Oh, ich dachte, Junge. Tatze im Tor. Eins. So, Herr Kermfit. Hast du einen Drink? No, aber woher kannst du? Jase, du kannst. Jase, du kannst. So eine Ratte. Du schlechter Mensch, Alter. Alter, krass. Das ist schon frech, ja. Das zählt als Ersten. Das zählt als Ersten. Sonny, was da los? Oh, man. Ey, erster Versuch vorbei. Das war's. Das war Nummero Eins. Diese Stille. Das war zu lustig. Yes ist auf jeden Fall. Raus. Null. Yes ist auf jeden Fall der Kandidat in der SH-Liga, den ich den Elfmeter schießen lassen will. Easy try. Gefährlicher Mann. Eiskalt vorm Tor. Sunrise. Sonnenaufgang. Nee, Untergang. Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Ich habe auch keinen Angriff gehabt. Wie zwei Meter Anlauf. Lass ihn. Wirbel. Noti ist gut. Immerhin hast du den Ball getroffen. Nicht so wie Jason. Der ist vom Tor. Bro, der musste sein... Ja, alles gut. Alles gut. Merke ich mir, weißt du? So wie er den Anlauf gemacht hat, war klar, dass es nicht ein Pferd wird. Was hast du mit deinem rechten Pferd gemacht? So hinten ist der ganze Einzelpferd. Nein. Du hast es irgendwie so gemacht. Wie so ein Pferd. Wie so ein Bad. So. Eins ist sicher, auch wenn ich das nicht sagen darf. Letzte Woche habt ihr geschummelt des Rounds. Jeder. Es ist die Ruhe selbst. Junge, das kann doch nicht sein. Es kann nicht sein. Sonny, du hast die Chance. Ein Tor noch und du bist dran. Ihr hattet beide zwei. Ein Tor noch und du bist dran. Dann könnt ihr wieder Finale spielen. Alter, wie lange er braucht. Dafür knallt er den noch in den Wickel. Oh, Georgie. Gut gehalten. Sehr gut gehalten. Hey, hey, pass auf. Mit Klappe und no luck. Okay. Heute noch. Der Rasenmähermann wartet. Jawoll! Manuel. Gut gehalten. Guter Kiefer. Okay. Kommen wir nun zum Endgegner. Jesse. Magst du mir bitte den Todesschläger geben? Damit hauen wir heute keinmal auf die Fresse. Den benutzen wir heute, um uns damit zu drehen. Und zwar so, damit wir einen Punkt haben, auf den wir nach unten gucken können. Zehnmal drehen. Tino wird neben dem Tor stehen und einen Ball reinwerfen. Und du hast nur einen Touch. Drei Versuche. Aktueller Score. Ein Fynn. Einen Punkt Fynn. Einen Punkt Jayso 97. Und einen Punkt Sunny. Also, unentschieden. Enjoy. Yesu, you ready? Let's go, baby! Das war gar nicht so schlecht eigentlich. Geht so, keine Pause, let's go. Mach weiter. Nächste Runde, Baby. Dann nach KFC. Nein, nein, nein. 1-1. Ey, was war das denn, Alter? Junge, krank. Ey, dritte Runde, let's go, let's go. Dritte Runde, let's go. Komm, hier ist der Einturm für die Fans. Gar nicht mal schlecht. Aber guter Applaus. Guter Abschluss. Aber leider nicht drin. Ich schenke dir gerne was ein. Die Foxwater. Für alle, die sich fragen, woher die Zitronen kommt. Die sind aus der letzten Episode. Damit ihr Bescheid ist. Das sind die. Das sind die. Entspann dich ruhig. Auf jeden Fall. Mein Zitrus wurde. Let's go. Zwei Mal aufgekommen. Der geht nicht. Ball war zwei Mal aufgekommen. Auf geht's. Zwei Mal aufgekommen. Auf geht's. Zwei Mal aufgekommen. Zwei Mal aufgekommen. Als wer ihm nicht schwindelig ist. Ey, dritte Challenge. Übertreib nicht, übertreib nicht. Puh, fix und fertig. Dreimal im Kreis. Oh mein Gott, das war die härteste Challenge. Einmal einen Applaus noch für den Platzwerter, finde ich. Wir bedanken uns auch bei SV Kirchbarkau. Falls ihr mal am Wochenende ein Spiel bei den Jungs gucken wollt, kommt nach Kirchbarkau. Der Platz ist nicht zu übersehen, neben der Schule, neben der Grundschule. Da ist Qualitätskick. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Das war es wieder von uns. Eine weitere Challenge geht zu Ende. Eine weitere Challenge geht zu Ende, die ich gewonnen habe. Das wollte ich gerne nochmal erwähnen. Sanja, hast du noch was zu sagen? So, ich bedanke mich an jeden nochmal herzlich, der unsere Videos auch schaut. Das ist super interessant und auch super wichtig für uns. Weil wir einfach Bock haben, Content zu kreaten. Wir haben einfach richtig Lust, was zu machen. Create don't hate. Hashtag create don't hate. So, ich bin fertig mit der Welt und mit mir zusammen. Was ich noch sagen möchte, die letzte Challenge war krass. Ich weiß gar nicht, wie ich sie gemeistert habe. Ja. Ey, und guckt bitte alle nochmal auf die Sitzsäcke. Die könnt ihr bei den Jungs kaufen. Einmal hier, einmal hier so ein grünlich, gelblich, rot und blau. Die sind echt gemütlich, sind echt gemütlich. Könnt ihr euch echt entspannt irgendwie an den Strand chillen, in den Garten chillen. Guckt mal bei den Jungs vorbei auf der Website. Und, peace. Werbung. Hashtag Werbung. Wenn wir das jetzt schon so machen, dann möchte ich dazu noch sagen, dass wir Tino uns an das Boot geholt, oder Tino uns hier rangeholt haben. Mir mag sich nochmal drehen. Canfit Personal Training, weil wir uns noch stretchen.